Microsoft Azure Cloud Architect Herzlich Willkommen zu einer weiteren Session. In der heutigen Session unterhalten wir uns über Azure Subnet Delegation oder Azure Subnet Dedicated. Oder sagen wir Dedicated und Delegated. Das sind zwei Begriffe, die oft gleichgestellt werden, aber in Tat und Wahrheit komplett unterschiedliche Funktionen bzw. Aufgaben haben. Lassen Sie uns gemeinsam in diesem Video genau dieser Thematik nachgehen, um ein wenig Licht ins Dunkle zu bringen. Ich befinde mich im Azure Portal und bevor wir uns das Thema näher anschauen, habe ich zwei Artikel vorbereitet aus dem Dokumentationsportal von Microsoft. In diesem Artikel wird beschrieben, was ist eine Subnet Delegation. Subnet Delegation bedeutet, dass Sie einen spezifischen, beispielsweise Azure Platform as a Service Dienst, einem spezifischen virtuellen Netzwerk bzw. einem Subnetz zuweisen. Das heisst also, es ist eine Integration von einem Azure Service, von einem Azure Dienst mit einem Azure Subnetz. Das wird hier in diesem Artikel beschrieben. Was sind die Vorteile? Worauf gilt es zu achten? Was wird unterstützt? Beispielsweise können Sie eine Delegierung zu einem bestehenden Subnetz machen, ohne dass das einen bestimmten Workload beeinträchtigt. Und mit einem bestimmten Workload meine ich beispielsweise eine virtuelle Maschine, die ebenfalls diesem Subnetz zugewiesen wurde. Also es gibt da keine Auswirkung auf die bestehenden Workloads. Ich werde gleich zeigen, was eine solche Delegation ist. Was bedeutet ein Dedicated Subnetz? Also nicht Delegation, sondern was bedeutet ein Dedicated Subnetz? Stellen Sie sich Folgendes vor. Es gibt gewisse Dienste in Azure, die brauchen ein eigenes Subnetz mit einem ganz bestimmten Namen. Und dieser Artikel beschreibt solche spezifischen Dienste. Und jetzt navigiere ich hier nach unten und hier gibt es eine wunderbare Tabelle. Wir sehen die Kategorie, den Dienst und Dedicated Subnet. Ich werde einmal diese Tabelle etwas öffnen und jetzt interessiert uns hier vor allem die Kategorie Networking. Das ist das, was uns interessiert. Ich wollte eigentlich einen Pfeil zeichnen und keinen roten Strich. Hier Network und jetzt sehen Sie, wir haben zum Beispiel Application Gateway. Braucht ein Dedicated Network. Oder wir haben den Azure Bestiendienst. Braucht ein Dedicated Network. Und was noch wichtig ist zu verstehen, wenn Sie mit Azure Bestien arbeiten und Sie dieses Dedicated Subnetz bereitstellen, muss das Subnet heissen Azure Bestien Subnet. Und zwar muss auf Gross- und Kleinschreiben geachtet werden, keine Leerzeichen. Es muss genauso heissen Azure Bestien Subnet. Alles grossgeschrieben, alles grossgeschrieben, Azure das A grossgeschrieben, Bestien das B grossgeschrieben und Subnet das S grossgeschrieben. So auch bei der Azure Firewall. Es braucht das Azure Firewall Subnet. Das sind Dedicated Subnetze. Das heisst, diese Subnetze sind nur gedacht für diese entsprechenden Dienste. Das heisst, Sie dürfen einem Dedicated Subnetz dann keine virtuelle Maschine zuweisen oder ein Virtual Machine Scale Set. Nein, diese Dedicated Subnetze werden explizit für die ausgewählten Dienste verwendet. Oder anders gesagt, diese Dienste wie Azure Bestien brauchen dieses Subnetz, dieses Dedicated Subnetz für sich selber. Nichts anderes darf darin bereitgestellt werden. Das ist der grosse Unterschied zwischen Dedicated Subnet, wie wir es hier sehen, und einer Subnet Delegation. Jetzt will ich Ihnen die Delegation zeigen. Ich navigiere zu den Virtual Networks. Da gibt es ein virtuelles Netzwerk, welches ich für die Azure Virtual Desktop Infrastruktur brauche. Ich habe virtuelle Maschinen bereitgestellt, zwei Session Hosts. Die sind Bestandteil von einer Azure Virtual Desktop Umgebung. Diese beiden Session Hosts, Sie sehen auch, die sind running. Jetzt navigiere ich zu Virtual Networks. Dann wählen wir dieses virtuelle Netzwerk aus. Ich navigiere ein wenig nach unten. Dann starten wir hier die Untersuchung bei den Subnets. Und schauen Sie mal, da habe ich doch tatsächlich sogenannte Dedicated Subnets. Einmal Azure Bastion Subnet, Azure Firewall Subnet und das Gateway Subnet für Virtual Network Gateways. Das sind Dedicated Subnetze, die nur von diesen Diensten verwendet werden dürfen. Aber bei Production kann ich beispielsweise einen Delegated Dienst hinzufügen, einen Azure Dienst. Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten mit Azure DNS Private Resolver. Wenn Sie diesen Dienst einsetzen wollen, müssen Sie bei den Subnetzen, die Sie für den Azure Private DNS Resolver verwenden, die Delegation konfigurieren. Und das werde ich Ihnen zeigen. Ich wähle Production aus. Und jetzt navigiere ich ein wenig nach unten. Und dann habe ich hier die Option Subnet Delegation. Ich wähle hier aus, das Dropdown-Menü. Und jetzt suche ich beispielsweise einmal nach DNS, gebe hier im Filter ein DNS. Und jetzt sehen Sie, jetzt haben wir hier den Provider Microsoft.network. Das ist der Azure Provider. Und dann haben wir hier den Dienst DNS Resolver. Den kann ich nun zuweisen. Wenn ich jetzt auf Save klicke, wird diese Delegierung für diesen Dienst zu meinem ausgewählten Subnetz, hier Production, hinzugefügt. hat keine Auswirkung auf die bestehenden Workloads, auf die bestehenden Session Hosts, die diesem Subnetz zugewiesen worden sind. Und das bedeutet Subnet oder Subnet Delegation. Das habe ich jetzt nicht gemacht, aber diese Delegierung würde dann hier angezeigt werden. Ich hoffe, ich konnte Ihnen in diesem Video den Unterschied erklären zwischen Azure Subnet Delegated und Azure Subnet Dedicated.